Und sie wird vielleicht bald clean. Das hoffen wir alle. Hui! Hui! Wieso habe ich denn jetzt ein Zeichen verloren? Weil ein Generator anging. Das Zeichen war aber vorher schon weg, meine ich. Barbecue! Barbecue kann nicht sein. Das kann gar nicht sein, das hängt ja gar keinem. Ich habe schon wieder ein Zeichen verloren. Oh. Geh mir nicht aufs Sack. Oh, ich bin hier reingelaufen. Bin ich blöd. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.